Wir haben laut Dirk Müller eine ganz andere Krise, die wahrscheinlich keiner richtig erwartet und welche Krise das ist und warum sie sich tatsächlich auf den Rohstoffmärkten abspielt, das erfährst du wie immer, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Es geht um Gold, es geht um die aktuelle Börsensituation, es geht um die Russlandkrise, es geht aber auch um die Vorfälle von den Lieferengpässen und wenn dich diese Themen wie immer interessieren, kannst du gerne auf Abonnieren drücken und dieses Video weiter verbreiten, damit wir täglich für dich immer wieder neue Inhalte zur Verfügung stellen können. Danke für deinen Support, denn wir sind mittlerweile eine sehr große Community geworden und wir haben ja auch schon angekündigt, bei der nächsten runden Abonnentenzahl, dann machen wir eine wunderbare Verlosung. Da wird es auch einen Sachwert geben, den wir verlosen, aber dazu dann später auch mehr. Dementsprechend starten wir direkt rein, es ist tatsächlich die wahre Krise an den Rohstoffmärkten, die Dirk Müller Kopfzerbrechen bereitet, beziehungsweise eher Bauchweh. Es geht um seine Prognosen, in der Zukunft wird es einige Ereignisse geben, die viele Marktteilnehmer kalt überraschen werden. Und das Erste, was er natürlich immer wieder auch anprangert, ist, dass wir aufgrund von der Knappheit von den Gütern, aufgrund von der pandemischen Maßnahmenkette, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, immer weiter steigende Preise sehen. Alleine China hat jetzt ja auch schon die Pforten wieder dicht gemacht, dort werden die Leute angehalten, zu Hause zu bleiben und natürlich können die dann auch nicht arbeiten gehen. Es werden teilweise Fabriken abgestellt, vom Strom abgekapselt, damit man hier kein Ansteckungsrisiko hat und das ist natürlich eine große Gefahr für die weltweite Wirtschaft, denn auch dort kommen natürlich viele Vorprodukte her. Viele Güter können nicht geliefert werden oder wollen auch nicht geliefert werden und natürlich wissen natürlich auch die Zulieferer, wenn sie etwas warten, kriegen sie sogar mehr für ihre Ware, als wenn sie jetzt kurzfristig verkaufen. Mittlerweile haben wir auch schon in unserem letzten Video eine ähnliche Tendenz von einer Aldi-Insiderin gehört. Dort hat man jetzt auch schon mittlerweile feststellen können, beziehungsweise generell bei den Supermärkten, dass sich das Blatt gewendet hat. Also es war sonst immer so, dass die ganzen Ketten den Lieferanten sagen konnten, hey, erhöht nicht die Preise, sonst arbeiten wir nicht mit euch zusammen, dann holen wir unsere Ware eben woanders. Mittlerweile sind die Zulieferer tatsächlich in einer höheren Verhandlungsposition und haben aufgrund von den gestiegenen Vorproduktpreisen tatsächlich jetzt das höhere Ast sozusagen im Petto, denn die sagen einfach, okay, wenn ihr die Preise nicht bezahlt, dann liefern wir eben wem anders. Und das hat sich tatsächlich jetzt geändert und das ist natürlich auch der extreme Punkt, laut Dirk Müller, der dazu führt, dass wir weiter einen massiven Anstieg der Inflation sehen. Gleichzeitig ist das größte Damoklesschwert für die globale Wirtschaft der steigende Ölpreis, denn auch er hat es so schön nochmal auf den Punkt gebracht. Es ist so ziemlich in jedem Geschäftsmodell Öl vorhanden, beziehungsweise wird verarbeitet oder zumindest braucht man es, um die Dienstleistung oder das Produkt herzustellen. Selbst für Gold braucht man natürlich massive Geräte, die das Gold fördern in der Mine, auch natürlich auch für andere Bereiche wie Bitcoin. Auch dazu braucht man Strom, braucht man Energie. Das heißt, wenn der Ölpreis extrem teuer ist, wird natürlich auch das Bitcoin-Mining oder eben die Herstellung von Produkten generell teurer. Und ich kenne jetzt auch schon einige, die haben beispielsweise ein Logistikunternehmen, natürlich die sind groß gefragt, aber man muss natürlich auch diese ganzen Spritpreise bezahlen. Also Unternehmen, die dann teilweise über Tausende von Kilometern am Tag oder pro Woche hinlegen, ist das Ganze natürlich ein schwieriges Zeichen, wo man sagen kann, entweder stellen sie den Betrieb ein oder wälzen das Ganze wieder auf den Kunden über. Und hier haben wir ja schon eine extreme Anspannung. Wie viel will man denn noch auf den Endkonsumenten rüberrollen oder umwälzen? Also da könnte schon das letzte Wort gesprochen sein. Und gleich kommen wir auch zu den wichtigsten Zahlen und Daten, die uns leider auch in der Russland-Ukraine-Krise bei Dirk Müller gezeigt werden, die uns eher nicht wirklich positiv in die Zukunft blicken lassen. Aber bevor man das sieht, muss man immer wieder sagen, Dirk Müller sagt ganz klar, man muss auf den großen Zusammenhang achten. Also gerade auch, wenn man sich Gold ansieht, da werden ja viele Marktteilnehmer schon wieder ungeduldig, da wird gesagt, ja, das ist ja gar kein Inflationsschutz und die dümpeln immer weiterhin die ganzen Preise für die Unze. Das heißt, hier muss man ganz klar sagen, immer lieber den langfristigen Chart ansehen und da ist es bei Gold tatsächlich so, dass er sich versiebenfacht hat. Alleine seit dem Jahr 2000, 2001 hat sich der Unzenpreis knapp versiebenfacht und das macht natürlich auch Sinn. Auch bei Bitcoin übrigens nicht nur den Drei-Monats-Chart, dass der von 68.000 auf 40.000 runtergeknallt ist, sondern wirklich den langfristigen Chart ansehen. Und das kann man so ziemlich auch bei jedem erfolgreichen Unternehmen an der Börse übrigens anwenden. Denn wir wissen, kurzfristige Spekulanten werden immer outperformt von langfristigen. Das hat tatsächlich auch die Statistik gezeigt. Deswegen kann man zusammenfassen, diese politischen Börsen haben sehr viel Geld vernichtet. Also alleine viele einzelne Werte sind laut Dirk Müller auch schon knapp 60 oder 70 Prozent teilweise vom Allzeithoch wieder entfernt. Allerdings muss man festhalten, politische Börsen haben kurze Beine. Also man sieht ja auch teilweise, dass die Kurse jetzt schon das Ganze eingepriesen haben. Die Eskalation in der Ukraine, auch teilweise die Zinserhöhung hat nicht dazu geführt, dass irgendwie die Märkte eingebrochen sind. Was ja eigentlich normalerweise auch der Fall sein sollte, weil wenn die Zinsen wieder steigen, muss ich ja nicht in riskante Aktien investieren. Also auch da hat man schon sehr viel eingepriesen. Und das ist das Traurige. Es werden die Lieferengpässe und Preissteigerungen laut Dirk Müller weiter zunehmen. Die Rohstoffmärkte sind extrem angespannt. Teilweise haben wir es bei Neon oder eben auch bei anderen Rohstoffen gesehen. Auch bei Palladium, bei Platin oder aber auch bei Nickel, was ja auch sehr, sehr viel aus Russland kommt. Das muss man ganz klar sagen. Hier geht es um eine Rohstoffkrise. Und diese braucht man eben für eine gute funktionierende Wirtschaft. Und jetzt kommt ja das Spannende. Aus Russland kommen immerhin 12 Prozent des gesamten Ölvorhabens. Erdgas sind 16 Prozent. Bei Kohle sind es 5 Prozent. Bei Palladium, halte dich fest, das braucht man für die Katalysatoren. Das braucht man für viele Technologien. 44 Prozent. Also alleine, wenn so ein Posten wegfällt, lässt das natürlich die globale Wirtschaft nicht kalt. Und alleine 9 Prozent kommt auch hier im Goldbereich vor. Platin sind wir bei 14 Prozent. Nickel 6,1 Prozent mit. Eines der größten Nickel-Hersteller beziehungsweise Förderer ist dort ansässig. Und auch Silber. Auch das übrigens für erneuerbare Energien sehr interessant. Diese Technologie beziehungsweise dieser Rohstoff sind es 5,4 Prozent. Und wir wissen ja, wir haben ja mittlerweile die Maßnahmen gehört. Russland wurde ja eigentlich von den Amerikanern komplett isoliert. Also mittlerweile wird ja auch China gedroht. Und sollten sie sich pro Russland sozusagen äußern oder eben verhalten, dann wird das sofort harte Konsequenzen haben. Ich bin gespannt, welche harten Konsequenzen das haben wird, ob da wirklich was groß passieren wird. Ich bin mir immer noch sicher, wenn Amerika sich mit China anlegt, ob das gut ausgeht für Amerika, weiß ich noch nicht. Aber man muss ganz klar sagen, es ist hier eine extreme Anspannung zu erkennen. Was ist jetzt die Strategie von Dirk Müller? Er persönlich ist ja ein großer Fan auch von Absicherungen. Das heißt, er hat selber auch auf seiner Website immer wieder die Ampel sozusagen, mit der er immer wieder auch die Stimmung von den Märkten und von dem Fonds sozusagen, von seinem eigenen Fonds, wie er auch sein Geld investiert, hochgeladen. Und dort hat man immer wieder auch entweder die gelbe oder die rote Ampel vermehrt jetzt in den letzten Tagen gesehen. Das heißt, man sollte mit einer gewissen Vorsicht rein investieren. Und ich persönlich, wenn man mich fragt, was ist jetzt die beste Strategie, gerade auch im Hinblick auf die Zinswende, jetzt geht es darum, einen monatlichen Sparplan in gute Unternehmen, nämlich weltweit gestreute Unternehmen sozusagen zu investieren. Und dazu findest du wie immer auch den Online-Broker unten in der Infobox. Weil stell dir vor, du hast jetzt wirklich die große Chance. Du bist jetzt noch nicht in Aktien investiert und die Kurse purzeln jetzt weiter nach unten und crashen nach unten. Und du kannst jetzt monatlich von diesen feinenden Kursen profitieren. Das ist das Genialste, was man machen kann. Und langfristig gesehen geht es tatsächlich auch wieder nach oben, weil jede Krise, das war in der Vergangenheit auch so, hatte eine Erholungsphase als Folge. Und das sollte man nicht verpassen. Dementsprechend schreib mir gerne mal deine Meinung dazu, zu den Gedanken von Dirk Müller in die Kommentare. Und abonniere den Kanal, denn hier kommen regelmäßig Zusammenfassungen, auch von Dirk Müller und anderen Experten, natürlich auch von unserer Seite. Und das natürlich auch täglich.